Schuhe, Handy, Laptops, Autos, Rohstoffe und schlussendlich auch Nahrungsmittel. Alles befindet sich tagtäglich auf dem Meer und wird von A nach B mit dem Schiff transportiert. Und lange, da war es tatsächlich einfach super günstig, die Produktion aus dem eigenen Land, nehmen wir mal als Beispiel unser Deutschland, in ein Land mit niedrigen Lohnkosten und Preisen zu verlegen. China, Bangladesch, Indien, unsere Waren kommen aktuell aus aller Welt. Und die Rohstoffe dafür, die kommen dann nochmals aus verschiedensten Ländern, Australien, Kanada oder auch vor allem von dem afrikanischen Kontinent erstmal überhaupt in die angesprochenen Produktionsstandorte, damit Waren produziert werden können. Mit anderen Worten, wir sind auf einen günstigen Welthandel angewiesen, damit alles von A nach B kann. Und insbesondere wir im Westen sind einfach die Nutznießer davon. Der Westen denkt aber nach wie vor noch, dass wir diesen auch kontrollieren. Ja, immerhin in den letzten 20 Jahren hat hier auch alles fantastisch funktioniert. Und westliche Firmen haben auch extrem profitiert. Doch da gibt es ja noch die BRICS. Die meisten Leute haben diese Vereinigung bestehend aus den Ländern. Ihr wisst es schon, Brasilien, Russland, Indien, China und auch Südafrika, sowie ja auch ein paar neuerer Mitgliedstaaten seit 2024 nicht auf dem Schirm. Wer uns auf dem Kanal hier schon länger verfolgt, weiß aber auch, dass wir schon oft über diese Rohstoffmacht dieser Länder gesprochen haben. Von Nickel über seltene Erden, Lithium bis hin zu Öl und Gas. Diese Länder kontrollieren einfach sehr, sehr große Teile. Und zusammen mit den ihnen wohlgesonnenen Ländern, die eben vor allem im rohstoffreichen Afrika angesiedelt sind, die sagen, nee, wir wollen den Westen nicht mehr, die auch noch die Kolonialzeit im Hinterkopf haben, ist die Rohstoffmacht dieser Verbindung gesichert. Doch es gibt eben auch noch weitere wichtige Aspekte, auf die wir achten müssen und auf die die BRICS einfach einen massiven Einfluss haben, was viel zu wenig Menschen auf den Schirm haben. Einer davon ist der Welthandel, den schauen wir uns heute mal zusammen an. Mein Name ist Jan Willhöf von axinocapital.de. Wir investieren seit 35 Jahren, vor allem in Edelmetall- und Rohstoffaktien und versuchen euch hier bestmöglich unser Wissen weiterzugeben über Gold, Geopolitik, Minen, selbstverständlich. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass euch das etwas bringt, wenn euch das gefällt, gebt uns das sehr gerne etwas zurück, beispielsweise auch mit einem kostenlosen Abo auf dem Kanal. Wir wissen, dass aktuell nur 20 Prozent der Zuschauer den Kanal auch abonniert haben. Uns würde es natürlich freuen, wenn die Zahl weiter steigt. Vielen lieben Dank für die ganzen, die in den letzten Monaten neu dazugekommen sind. Das freut uns sehr. Und wir werden uns hier auch weiterhin mit viel Insights in den Sektor und dem ein oder anderen Gewinnspiel erkenntlich zeigen. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem Video. Inflation, die ist und die bleibt das treibende Thema der Finanzmärkte. Doch Inflation ist ja nicht nur eine ausgedachte Zahl, auf die alle irgendwie schauen, so wirkt es tatsächlich aktuell, sondern Inflation wird auf Basis verschiedener Parameter berechnet. Und die letztendliche Teuerung unseres Lebens ist die Konsequenz. Während Ökonomen daran festhalten, dass die Inflation vor allem auch auf die steigende Geldmenge zurückzuführen ist, so sehen wir in den letzten Jahren doch tatsächlich eine andere Spielregel auch für die Inflation. Andere Faktoren, die maßgeblich im Inflationsberechnungskurs mitbestimmend sind. Der Welthandel, der ist da ganz vorne mit dabei. Und wie Bluburg es hier schreibt, der globale Seehandel ist mit dem größten Zusammentreffen von Risiken seit Generationen konfrontiert. Weiter steht hier Kriege in der Ukraine und im Gazastreifen, Chinas angespannte Auseinandersetzung mit seinem größten Handelspartner, den USA, den Vereinigten Staaten und Störungen wichtiger Wasserstraßen aufgrund des Klimas. Wir sehen hier schon sehr gut, dass die Containerpreise jetzt auch wieder am steigen sind und weit von den Normalzuständen von vor Corona übertrieben sind. Auch sehen wir beispielsweise im CETF. Das ist ein Fonds von unserem Freund und Fondsmanager Frank Holmes. sehr gut, dass dieser tatsächlich in den letzten zwölf Monaten einen starken Anstieg hingelegt hat. Frank hat sich relativ neu mit diesem ETF positioniert, da er eben von weiter steigenden Frachtkosten in den nächsten Jahren ausgeht. Und Frank ist jemand, der sich mit dem CEO von Nvidia trifft und dementsprechend natürlich auch ein breites Netzwerk hat und einen sehr scharfen Blick auf die weltweiten Entwicklungen vorweisen kann. Deswegen hat er sich für diesen ETF entschieden und deshalb ist es auch etwas, wo wir weiter hinschauen sollten. Thema Frachtkosten. Kaum jemand auf dem Schirm, elementar wichtig. Fitch Ratings, das ist eine der drei wichtigsten und größten Ratingagenturen der Welt, die schätzen im Februar, dass die Unruhen im Roten Meer die Preise für US-Importgüter bis Ende 2024 wahrscheinlich nochmals um 3,5 Prozentpunkte erhöhen werden. Alles keine Entwicklungen, die wirklich positiv sind. Täglich bringen tausende Schiffe Waren von West nach Ost und von Ost nach West. All diese Schiffe fahren übrigens auch nicht mit Luft und Liebe oder gar Solar und Wind, sondern in der Regel brauchen sie Öl, um das Meer zu überfahren. Es dürfte also niemanden mehr wundern, wenn ich sage, dass wir deutlich höhere Preise im Alltag für quasi alles erleben würden, wenn es ein Problem im Welthandel gäbe oder die Ölpreise nochmals explodieren würden. Aber das kann ja eigentlich nicht passieren, oder? Nun, genau dafür sind wir heute hier. Wir sehen hier mal auf dieser Karte, die Bloomberg mitgeliefert hat, wie wichtig einige kleine Knotenpunkte sind. Beispielsweise die Straße von Hormuz oder auch die Meerenge Bab-el-Mandeb sind für die Schifffahrt ja eigentlich unerlässlich. Auch beispielsweise der bekannte Suezkanal gehört zu den wichtigsten Wasserstraßen. Schauen wir mal ganz kurz in die Details. Der Suezkanal wird von Ägypten kontrolliert, ein BRICS-Mitglied. Die Straße von Hormuz vom Iran, ebenfalls BRICS-Mitglied. Bab-el-Mandeb hat immerhin mal noch Äthiopien als BRICS-Mitglied in seiner Nähe. All diese Meerenge, die brauchen nicht viel, um lahmgelegt zu werden. Auch die Straße von Malacca hat eine wichtige Bedeutung und mit knapp 24% des globalen Handelsvolumen muss man da schauen, dass diese Meerenge keine Probleme bekommt. Diese befindet sich zwar zwischen Malaysia und Indonesien, was beide auf dem Papier keine BRICS-Mitglieder sind, Doch beispielsweise hat China massiv in den letzten Jahren in indonesische Rohstoffprojekte, vor allem voran Nickel, investiert und damit natürlich Steuereinnahmen und Arbeitsplätze und natürlich auch letztendlich für Einfluss gesorgt. Auch haben China und Malaysia erst in 2023 wieder ein neues Abkommen beschlossen, dass sie enger zusammenarbeiten wollen, wie wir hier entsprechend sehen. Malaysia und China haben sich zu einer Vertiefung in der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen verpflichtet. Das hier stammt von Ende 2023. Auch wenn also die beiden Länder, wie gesagt Indonesien und Malaysia, nicht dem BRICS angehören, so sind sie beide wohl China und dem BRICS näher als den US-Amerikanern. Also wir sehen viel Einfluss seitens der BRICS und BRICS-Verbündeten auf die Meerengen, auf die Macht der Seefahrt. Okay, die BRICS haben also die Macht über einige der wichtigsten Wasserstraßen, das haben wir jetzt ganz kurz geklärt. Doch was bedeutet das jetzt im Detail? Was genau ist eigentlich die Macht dieser Seestraßen? Nun, lasst uns mal ganz kurz einmal zurückklicken. Und zwar ist hier bei Bloomberg Ideal ein Bild von der NASA abgebildet, wie damals das Containerschiff Ever Given im Jahr 2021 den Suezkanal blockierte. Die Welt erwachte und plötzlich stand das Riesenschiff quer in diesem Suezkanal und legte diesen eigenhändig mal eben für eine Woche lahm. Und das stoppte laut Bloomberg hier 10 Milliarden Dollar an Welthandelsvolumen. 10 Milliarden Dollar durch ein Schiff, was quer stand. Wie schnell man ein solches Schiff doch versehentlich mal fehlmanövrieren kann, wenn man es wollen würde. Ich möchte hier nichts unterstellen, ich will auch nicht sagen, dass es so ist. Ich will aber sagen, dass man theoretisch ein Schiff sehr einfach mal fehlmanövrieren könnte. Und man bräuchte für eine solche Verstopfung eines Kanals, einer Meerenge, die so so wichtig ist, nicht mal Militärs. Denn wenn eine dieser Meerengen wirklich mal dicht gemacht werden sollte, braucht man im Zweifel nur einen Kapitän, der willig genug ist, einen Fehler zu machen und die Schuld auf sich zu nehmen. Und dann hat der politische Westen ja nicht mal etwas in der Hand, wenn er denn wollen würde. Mit etwas Militär, egal jetzt von welcher dieser Meerengen wir sprechen, wäre eine Sperrung aller Handelsrouten übrigens kaum ein nennenswertes Problem. Für all diese Länder, die den BRICS wohlgesonnen sind. Wir sehen ja schon, alleine wie ein paar Rebellen es schaffen, das Rote Meer unsicher zu machen, warum dann Schiffe teilweise tausende Kilometer Meerroute in Betracht ziehen, statt sich eben diesem Risiko der Hundis auszusetzen. Ich will hier keine Horrorszenarien malen, ich will auch nicht sagen, dass die BRICS sowas morgen tun würden oder generell, dass die BRICS sowas tun werden. Ich möchte nur sagen, welche Power diese Vereinigung entsprechend hat und wie wenig Einfluss wir im Westen auf das haben, was einfach in den Meeren dieser Welt passiert. Zwar können die USA mit ihren Schiffen rumfahren, aber schlussendlich können sie dann auch nur bedingt etwas anstellen, wenn man eine Meerenge wirklich blockieren möchte. Wenn dann mal ein paar Staaten auch ein koordiniertes Vorgehen angehen würden, dann kann sich jeder vorstellen, wie die Welt aussieht. Man muss ja nicht mal lange diese Meerengen blockieren, man müsste sie dann nur gezielt koordiniert aus dem Verkehr ziehen, in Anführungszeichen wortwörtlich. Oder vielleicht auch nur bestimmte Schiffe durchlassen. Also all das ist denkbar. Nochmal, ich sage nicht, dass das realistisch ist und morgen passiert. Ich möchte auch keine Angst machen. Ich möchte nur sagen, dass man die BRICS nicht abschreiben sollte nach dem Motto, die haben ja eh nichts in der Hand. Die müssen sich den Amis unterstellen. Sie haben die Rohstoffe, sie haben auch die Meerenke. Und ich habe damit ja noch nicht mal berücksichtigt, was das neben steigenden Handelspreisen, die sicherlich sehr stark inflationär wären, auch für einen Einfluss auf Rohstofflieferungen hätte. Wenn mal beispielsweise, ich sage mal eine Zahl, 20% des Öls nicht mehr am Ziel ankommen, innerhalb von, sagen wir mal, einer Woche, dann schießt der Preis von Öl aufgrund der Knappheit aber mal ganz stark nach oben. Stichwort Jom Kippur-Krieg, der Anfang der 1970er stattgefunden hat und man ein bisschen Öl nicht mehr geliefert hat und dementsprechend ein Öl-Embargo erlebte und Ölpreise in die Höhe schossen sah. All das ist schon möglich gewesen, all das funktioniert. Und die OPEX, die sind ja schon als Organisation ziemlich gut organisiert. Sollte man beispielsweise, nur mal um ein Detail aufzugreifen, in die vom Iran kontrollierte Meerengestraße von Hormuz gehen, sie dicht machen, so wäre das ein Desaster. Wie gesagt, es wären nicht nur die Schiffe, die da nicht durch könnten, es wären Massen an Öl, die nicht mehr von A nach B kommen. Es geht nicht nur um billige Schuhe und Sneaker, es geht um unsere Energieversorgung. Ich will nicht sagen, dass das nächste Woche passiert. Ich will nicht sagen, dass die BRICS auch so wunderbar sind und sie das umsetzen sollten. Ich möchte einfach nur aufzeigen, dass die Welt sich in den nächsten 10 Jahren ganz sicher anders entwickeln wird, als es die letzten 30 Jahre der Fall war, als die Amis unangefochten Nummer 1 waren, als jeder nach ihrer Nase getanzt hat. Wer die BRICS nicht auf dem Schirm hat und noch immer denkt, dass die USA als alleinige Weltpolizei unterwegs sind und allen problemlos die westlichen Werte auch in anderen Teilen der Welt aufzwingen kann, der irrt aus meiner Sicht gewaltig. Nochmal, ich möchte es gar nicht beurteilen, wie ich das finde. Ich möchte nur sagen, wie aus meiner Analyse, aus meiner Wahrnehmung die Welt ist. Die Konflikte, die nehmen ganz offensichtlich weiter zu. Angeblich sollte doch Russland und Ukraine ein ganz, ganz schnelles Thema werden. Doch die Kämpfe, die dauern an. Angeblich sollte die Inflation schnell weggehen, doch sie bleibt standhaft. Wir können darauf als Einzelpersonen relativ wenig Einfluss nehmen. Man kann vielleicht bei den Wahlen bestimmte Dinge beeinflussen, aber die gesamte Weltwirtschaft, die wird wiederum schwierig. Wenn sich also die Konflikte zuspitzen, so werden wir das hier beim Einkaufen spätestens merken. Und noch viel gewaltiger als bisher schon in den letzten drei Jahren. In meiner Kindheit, da war es ehrlich gesagt selten, dass ich mit meiner Mutter zusammen einen ganzen Einkaufswagen für mehr als 100 Euro aus dem Laden geschoben habe. So voll, glaube ich, war er nie. Ich kann mich zumindest kaum an eine Situation erinnern. Heute sollte man schon für einen kleinen Einkauf mal mit einem Batzen Geld rumlaufen und über 100 Euro zu kommen, ist nichts Unnatürliches mehr. Und wenn wirklich alles sich weiter so entwickelt und zuspitzt, wie wir es ja aktuell leider erleben, wie die Analysen durchaus passieren könnten, nochmal könnten, dann wird man sicher auch mal 200 Euro problemlos zum Einkaufen mitnehmen müssen. Ja klar, die Löhne, die steigen auf dem Papier. Doch real betrachtet steigen eben die Preise schneller als die Löhne. Stichwort Reallöhne. Das Geldsystem, das ist am Bröckeln. Das habe ich hier schon häufig beschrieben. Der US-Dollar, der ist am Ende und es wird sich immer weiter beschleunigen. Aber das Machtgefüge der Welt ebenso. Nur was fiskalpolitisch nicht mehr funktioniert seitens der USA, wird eben jetzt nochmals unterstützt, seitens des Drucks, seitens der BRICS. Aus meiner Wahrnehmung, ihr schreibt mir gerne mal, wie ihr das seht. Gold als Beispiel erhält seine Kaufkraft. Rohstoffe werden aller Wahrscheinlichkeit nach knapper und demnach auch im Preis anziehen. Frachtkosten fliegen und vieles weitere wird sehr wahrscheinlich teurer werden. Man kann sich auf der einen Seite darüber aufregen oder man kann dieses Spiel, wie es gerade stattfindet, verstehen und versuchen mitzuspielen. All das ist natürlich wie immer keine Anlageempfehlung, aber aus den Gründen, die ich euch hier immer wieder nenne und die ich auch versuche, hier in den fast täglichen Videos zu zeigen, ist die Analyse für mich klar, dass man im Gold oder auch in Goldminen mittel- bis langfristig relativ gut aufgestellt sein dürfte. Nochmals, das ist keine Anlageberatung. Wir haben ja auch, wenn ihr euch fragt, wie fange ich damit an, haben wir für Einsteiger ein paar Videos, da kommt jetzt auch wieder eine Videoreihe, wir haben auch unser Stocks to Perform, da steht für Leute, die ein ganz kleines bisschen im Thema drin sind, einiges drin, ein bisschen Einstieg, ein bisschen aber auch verschiedene Firmen. Nochmals, das ist keine Anlageempfehlung, ich bitte euch auch immer, unseren Disclaimer zu beachten. Die Firmen, in diesen wir tendenziell mit unserem eigenen Geld investiert, plus wir haben einen Dienstleistungsvertrag, alle Infos dazu, gerne zum Nachlesen oder uns eine Nachricht schreiben, dann gehen wir ganz offen, ganz transparent mit den Interessenskonflikten um. Ihr schreibt mir jetzt aber mal, wie ihr das ganze Thema seht. Habt ihr das Thema BRICS auf dem Schirm? Haltet ihr das für ein realistisches Szenario? Glaubt ihr, die BRICS werden ihre Macht auch nutzen? Oder denkt ihr, nein, die BRICS haben intern zu viele Streitigkeiten? Ich bin sehr gespannt, wir sprechen hier natürlich regelmäßig weiter über diese Themen. Ich halte euch auf dem Laufenden, wünsche euch noch einen wundervollen Abend, wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne mit einem Daumen nach oben quittieren und dann sehen wir uns hier sehr zeitnah wieder.